hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren minecraft chapter 4 season 5 folge und ich bin tot und die world border kommt auf mich zu habe ich gehört kars mich nicht beschützt hat wenn ich jetzt tot weil fabi den leeroy gemacht hat sonst bist du immer so aggressiv ja early kämpfe ist halt mega cancer weil man halt two hit ist ja wusste ich nicht wusste gar nicht dass die scheiß axt so viel schaden macht alter was hat es denn für eine waffe ich hätte ja auch axt aber der hat mich halt mit einer axt getroffen ich wusste nicht dass es so viel schaden macht stonks was auch 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 Asterion spielt jetzt bestimmt Deltarune, weil das schon so früh raus ist. Hoffentlich zumindest. So. Oh shit, kann ich vielleicht sogar schon Full Iron machen. Das wäre cool. Ich glaube man braucht 27 dafür. Ne, ich habe schon Full Iron. 24, was stimmt. Äh, ich brauche Lapis. Dann gehe ich jetzt mal weiter Stripmine, I guess. Minecraft Cave Sounds. Kevin hat immer noch halbes Herz. Ist gut. Ich glaube Healing wird super wichtig die Season. Äh, ja, ein bisschen Schrott nochmal aus. Findest du? Ja, ich glaube schon. Geneter. Nee. Hä? Komisch. Filz. So. Ja, deswegen kann ich jetzt leider kein Water Trick machen. Aber sei es drum. Ah, ich muss auch führen. Ja, ich glaube die Höhe, die Höhe passt schon. Ah, warte. Äh, ich bin jetzt noch. Äh. Hä? Uff, ja, okay, dann hat sich das sowieso erledigt. Hm. Darauf erst mal einen. Aber ich finde gar nicht so schlecht. Oh, Lapis. Das ist ja wieder gemixt. Ah, Wokka, eh. As always. Wait. Mindestens ein Redstone, Lapis... Achso, ich brauche Dias. Ja, moin. Oh shit, ich muss mich actually beeilen. Oh lol, okay. Lol, Alter. Was soll das? Ich hoffe, das passt erstmal. Sleeping through this night. Ja. Hat hier ist irgendwo Wasser? No, Lava. Ah, jetzt höchst du. Das muss hier irgendwo sein. Oh. Einzige Sorge habe ich, dass halt Walkie und Kevin so nah bei mir sind. Hier muss halt irgendwo Wasser sein. Ich bin direkt daneben, ich weiß es. Ja, komm, bestimmt bei einem Block oder so, wo auf die Border kommt. Ne, zwei Blöcke. Ja, ich muss, ich, ich, ich habe keine Zeit hier für den Spülkenkram, die Border kommt. Oh nice, Aktualisierung. Schön, juckt mich nicht. Gerade nicht. Was, Windows oder was? Ne, Antie, Malware. Border, schnell? Hm? Ja, würde ich schon sagen, dass sie schnell ist. Also, ich bin jetzt schon von der Border weg, aber, äh. Oh, das ist glätt mit einem enchanteten Moden. Ja, ich werde halt die Zeit nutzen, um zu strip minen. Ich werde so lange das strip minen, bis der erste, bis der nächste Spieler schnimmt. Oh, lol. Uff, okay. Ja, moin. Die mal schönen Screenshots und so, wo das Wasser gewesen ist, wo Dias gewesen sind, die du da sehen hast und so. Ja, danke. Ähm. Damit dich nachher schön ärgerst. Nö, ärgert mich nicht. Nicht? Nö, überhaupt nicht. Mhh, was sucht du jetzt so? Mhh. Ich will nur die Möglichkeit haben, Crossbow nachher zu machen. Ja, wär am Anfang eben ganz nice gewesen, dann hätten wir die weggeballert. Dann wären die halt auch mit der Axt auf uns draufgegangen, aber dann sind sie vielleicht klappgerauern lassen. Bin auch am Leben. On. Nö, ein Lightning Squid. Ja, und bestimmt hab ich irgendwo Dias übersehen, aber das jobst du da letztendlich gerade. Ja, nicht direkt. Ja, genau. Oh. Was? Nix. Oh. 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 Okay. Pwack. Huf. Nur zwei. bist du doch noch nicht ok sind wir zwei ok holst du das gold nicht? äh ne weil die border kommt alter deadlag da muss es ja was zum heim geben direkt langsam also muss es pilze umgeben oder backen oder ah ne ich beobachte jetzt mal die waren dann zwei, drei ok das gold hole ich mir noch schnell ok wolltest du nicht das gold? ach das ist mega die scheiß stelle oh ne ich werde sterben gg warum? warum? ne doch nicht ne warum? ist egal in den ganzen löchern dachte ich irgendwo findet der doch einen weg uff wot 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 Ja. Uff. Das sah schon ein bisschen komisch aus. Ja. Hä? Moment, wie kann ich gerade von der Border halt weggekommen sein? Ach, ich glaube, ich hätte nochmal 10.000 Mal schreiben müssen, wie schnell die Border ist. Dann hätte die mich, glaube ich, eingeholt. Toxic. Uff. Richtig toxic. Toxic but true. Weißt du, wenn du Putty Slikes hast, weißt du von wem. Muss man mit Humor nehmen. Du machst du nicht die andere Taktik? Stimmt, danke für die Info, damit bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Aber das ist jetzt ghosting. Oh, ich hab den Speed. Ich hab den Speed. Uff. Okay. Die Spitzhacke ist nicht schnell genug. Ja. Hier, Spitzhacke. Ja, muss man haben, aber... Der Speedhack ist schon OP. Nee, ich wollte eigentlich nur Point Proven, selbst mit... Ohne die Speedtechnik ist man halt schneller als die Border. So. Ja, ja. So, da ist eigentlich relativ langsam, kann man sich easy wegbauen. Wenn man jetzt keine Holzspitzhacke hat und diese anderen Steine kommen, sollte das hier halt easy klappen. Du solltest nicht mit einer Steinsspitzhacke oder Holzspitzhacke nach unten gehen. Ich möchte actually lieber mehr Deep Slate haben. Weil man das nicht so schnell abbauen kann. Ja, kann auch ne Taktik sein, ne? Obsidian. Oh, Wasser. Weil die spawnen die ganze Zeit diese... Oxelots? Axelots? Ja. Nice. Die spawnen auf einmal richtig viele, hä? Was ist das richtig viele drei Stück? Welche Farbe war nochmal ultra selten? Blau? Das ist, äh... Lila, braun, oder so ein... Ja, so ein... Braun, sag ich mal, und... Gelber. Ich glaube, jetzt sind es hier sogar vier. Hä, wie krass spawnen die denn? Vielleicht bringen die auch bisschen Performance soo, folgen die Leute. Wenn es euch gefallen hat, dass wir eine Pussy-Wertung haben, wir sehen, wir sollen noch weiter und folgen. Ciao! Ciao! Hallo! Willkommen zur nächsten Folge. Zerstört, Blöcke. Äh, ich, ich wirklich hoffe, dass ich will, ähm... You know? Find some diamonds gleich gefunden. Oh, in der Svite, in der Oberworld-Pock. Ja, von mir steht ja so in dem Meta, aber... Ich will mein... Dings bauen. Also Season machen, wo, ähm... in der Oberworld-Netherworld mit drin ist. Krasse Sache, aber... Sobald halt das neue Update durch ist, dann wird, denke ich, Minecraft nochmal interessanter. Das wird halt noch dieses Chapter sein. Das nächste Chapter, ähm... wird den Titel, denke ich, Back to the Roots heißen. Äh, das wieder das Ziel ist, den Nenodragon zu killen. Okay. Warum? Ähm... Ich finde... Minecraft ist ursprünglich das. Und... Es gibt genug Projekte, wo das... Wo es halt einfach nur PvP ist. You know? Ja. Und das macht Minecraft eigentlich wie ein bisschen... Ich glaube, das Spiel das sieht man nicht so weit. hoffentlich. Na, sonst habe ich Spieler gesehen hinter mir. Okay, ich muss mich gucken. Ich boah, das ist ultra weit weg von dir. Hä? Wie? Man kann der ausweichen? Wie viele Blöcke bist du weit weg? Gucken, du bist jetzt hier bei... Schon ein paar. Bei 880, ungefähr. Hm. Ähm... 150 Blöcke. So, entfernt. Vorder. Ja. Ja, okay. Kann man sich easy wegbauen. Hier, ihr habt den Beweis. Wenn du mit der anderen, dann wärst du trotzdem, äh, halt die Hälfte. 125 Blöcke, wenn du zwei immer abgebaut hättest. Also, man kann auf jeden Fall der Border ausweichen. Kann man so zusammenfassen. Sagen wir aber 100, wenn diese ein paar Blöcke dazwischen sind. Ja, aber ich hab hier ein paar Höhlen gefunden, Musst nicht schmelzen. Null Probleme, ihr Haters. Oh. Ja, moin. So. Wasser wieder. Wolltest du jetzt, äh, wolltest du jetzt nicht haben, Neta? Was? Nein. Warum nicht? Willst du? Brauch ich nicht. Kannst du nicht mal diese, diese Höhe entern, wo die, äh, die, 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 die Leute gucken können, also spektaten können? Weil, wenn ich dich jetzt zum Beispiel in dich reingehen will, geht nicht. Weil, die Höhe irgendwie, äh, zwölf ist oder so. Ah, und dann nach oben teleportiert wird. Ja, cry about it. Ich dachte, das ist einfach, damit man, kein, Uwu begehen kann. Kein Uwu, alter. Äh, ja, kein, kein Uw gehen kann. Kein Rubrox, kein Rubrox-Uw. Ein, zwei Blöcke in Tiefermassen kann man zumindest. Okay, der Vorteil ist, ich hab ein paar Goldäpfel. Das ist es aber auch. Hast du ein paar Äpfel eben gefarmt? Ja, ich, ich hatte ja. So. Wie viele? Ähm, ich hatte 13. Jetzt hab ich halt, äh, 11 und 3 Goldäpfel, beziehungsweise 10 und 3 Goldäpfel. So. Direkt dein Essen, ne? Was? Direkt dein Essen, oder? Hm, nö, noch nicht. Ich denke, ich werde einen essen, wenn ich in die Höhle reingehe. Okay. Alright. Hm. Ich wollte nämlich noch sagen, es hat noch gar keine Enchanting Table. Ähm, ich brauch, hm. Was brauch ich denn gar nicht mehr? I guess Federn, weil ich nicht mehr Pfeile brauchen werde. Eigentlich brauch ich nur noch Diaz. Dann bin ich glücklich. Bin halt, wenn es geht so viel, wie es geht, Gold, ne? Ja. So, wie sieht's aus? Oh, ich bin voll weit weg von der Border. Holy shit, shut her to your barber. Okay, ich gehe in Richtung Höhle. Der war heisse Laba. Oh ja, ich muss aufpassen. Laba, Laba. Willst du nach oben, oder? Ne, einfach in Höhle. Einfach in Höhle. Ein paar Diaz. Oh, 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 hier ist sogar Gucci. Gucci, Gucci, oh, Gold. Die demnige Gold. Musst du aber tiefer. Ja, ja, ja. Ich habe das Gold hier gesehen und möchte ich jetzt alles an Gold mitnehmen, was ich hier finde. Hier war auch noch Gold. Und ich meine, wenn ich Melonensamen finde, hm, maybe. Oh no, maybe. Willst du damit? Tränke? Musst du damit nähter. Knochen nehme ich mit für Hunde. Ich brauche keine Ho. Yo Mom. Ho, ho, ho. Das finde ich so cool immer. Ähm, du kennst ja Etho, ne? Hm. Und der nennt halt seine Tools immer recht lustig. Und der nennt seine Ho immer You Know Who. Also, du weißt, wer. seine Spitzhacken nennt der Destroyer of Worlds, also Terraria-Referenz. Hm, hoch. Ich musste deswegen nicht trinken. Scam? Wenn du dann stirbst du hier. Ähm, und als... Wenn du jetzt kein Gold Apfel gegessen hättest, dann, ja? Naja. Wie, ne? Du wolltest nur ein Herz. Ja, ich hab ein halbes Herz Schaden bekommen. Achso, nur ein halbes? Ja. Okay, ich dachte, du wär auf Hardcore. Ja, und? Also, ja, aber... Oh, du Opf. Bist zu leichtsinnig. Jetzt wärst du tot gewesen. Deine Mom ist immer leichtsinnig, wenn sie... Hm, Toxic. Ähm, noch mehr Gold für Goldäpfel. Potato! Richtig viele Potatoes gehabt, ja. Nehmen wir jetzt, äh, Kevin um, Rokitokit. Sagen sie sich jetzt Kartoffelkuchen, oder was weiß ich, Alter. Kartoffelkuchen. Kartoffel und Karren. Boah, ich glaub hier ist irgendeine fucking Mücke, im... Die war gerade auf dem Wein. Patrick hat gestern aber die ganze Zeit ne Fliege in sein Zimmer gehabt, wie gesagt, Mikro, aber... Echt? Haben wir das gehört? Nice. Aber die jetzt nicht, aber bei, äh... Patrick hat gestern aber so... ... ... ... ... ... ... so einfach so kurz, so... ... ... So, Hä? Was war das? Weiter, ah, ich fliege über die letzte Skateboard hat man ja auch eigentlich vor Tallerkiseierung. Ja, aber... ... weil man hört ja auch wenn Patrick auf der Tastatur rumhäppert, äh rumhäppert, das hört man auch richtig laut. Plus, minus 900. Jajajaja. Oh ich geh'n die falsche Richtung, cool. Ah, bist ja aber trotzdem bei mir noch nicht im 5 minuten ja ja aber trotzdem halt meldung habe ich bekommen dass ich mich bewegen soll was so kriegt man jetzt eine extra meldung die ja wenn du in bestimmten radios bis kriegst du noch eine extra meldung dass die board weiter sich auf dich zu bewegt und dass du dich richtung auch mal gar nicht mehr nachdenken gucken ob man im bereich ist also 0 golden legend meister kommt man sich da irgendwie mitteilen oder nicht ja ja stimmt fabi du bist so ein genius doch glaub ich schon ich brauche schicht dafür wie eine kraft die sehen halt in real life auch richtig niedlich aus echt ich gerade hilft man ein oxalot ein beutetier zu töten erhält man den effekt regeneration für 8 sekunden ja ja deswegen werden sie angegriffen stellen sie sich tot erhalten den status effekt regeneration für 10 sekunden die sterben erst nach 5 minuten wenn sie außerhalb im wasser sind regnet oder gewittert ist überleben sie auch am land ok 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 aber wenn du dir eine leine anlegst soll er angeblich mit dir laufen normal irgendwie oder so also ich weiß nicht ob der dich direkt verfolgt oder so wie steht es zumindest noch läuft damit hier mit oder so steht ja oxalots stellen sich bei niedrigen hp tot bis jährigen er jetzt wenn man sie auf einen schleimblock legt beginnen sie an zu zappeln ok 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 oh lol ich hab kein eisen geht aber nicht welche welcher sehen ist oder oh mein gott ich bin so ein opfer ja geht mir mal bitte eisen leule warte aufsteht die wahrscheinlich äh blau ist das seltenste ja ja manche weil das irgend so ein tier das ist irgendwie so eine referenz zu irgendeinem tier was gestorben ist eine menschlichkeit 1 zu 1200 0,083 prozent ok ich weiß dass ich auf irgendeinem weg ähm es gibt ein achievement wo dich äh die hellende kraft der freundschaft heißt es achievement wo dich mit einem oxalot zusammen und gewinne einen kampf wenn ein oxalot mit einer leine auf dem boden gehalten wird beginnt ja mit übertriebenen um stellen geschwindigkeiten zu laufen vorgeschichte pok zum step shot so ihr seid so scheiße will hear the boss music der gold liegt ja noch leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine positive Hörtelung da wir sehen uns in der nächsten Episode bis dann ciao jop 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 jop